So, jetzt sind wir wieder. Alter, was ist denn los? Ich hab dich tausendmal angeschrieben, du sollst bitte deinen TS neu starten, dann geht's. Naja, geht wieder, Leute. Jan ist dann in dem Sinne auch da. Wir sind nämlich gerade wieder angefangen, wir haben seit zwei Minuten aufgenommen. Okay. Wollen wir mal umdrehen hier. Komm, dreh um. Dreh um, Baby. Ja, voll. Ja, ich werd geblitzt bei 5 kmh, das ist schon klar. Naja, nur 4,9 anrufen. Ja, ich glaube auch. Na, Schrittgeschwindigkeit. 30. Bist du leer? Ich bin leer, ja. Weil, das fahr ich nämlich jetzt erst hoch. Weil, wir müssen nämlich Getreide, also die ganzen Getreidesachen, die du jetzt einfährst, Jan, ne? Ja. Wir müssen erst hoch zur Mastanlage. Die haben nichts mehr. Ja. Also wir haben richtige Probleme. Das ist mir und Klaus gerade mal richtig aufgefallen. Ja. Also richtig. Die haben kein Getreide mehr. Wir brauchen Gras. Wir müssen schon wieder fast Wasser verteilen. Ja. Also richtiger Bullshit gerade, den wir hier haben. Jetzt lecks wieder. Irgendwie Server lecks. Keine Ahnung. Also total komisch. Ein bisschen nervig, ne? Ja. Dass wir gerade hier überhaupt nicht irgendwie vorankommen, weißt du? Wir haben irgendwie gerade so ein, wie kann man das sagen, so ein Produktionsproblem. Ja. Da muss ich rein, Leute. Ich weiß, jetzt sagen viele, Kevin, für 13.000 hätte ich das nicht losfahren brauchen. Leute, besser als gar nichts. Was haben wir bei der Stroh auf dem Feld? Hier ist nichts drin, Leute. Da ist überall was drin. In den vorderen ist nichts drin. In Stall 1 und 2. Okay, Stall 2 ist voll. Bitte, reich nur aus, reich nur aus, reich nur aus. Jawoll. Gucken, ob wir hier noch was in Stall 1 reinkriegen. Und wer geht am 17. am Inskino? Für Star Wars? Ja. Brauchst du doch gar nicht mehr probieren. Wie? Na, weil die Kinos alle, äh, ausverkauft sind. Schmulge ich mich rein. Kannst du in eine Tonne treten, Alter? Guck den Film. Wenn ich da für irgendwelche Leute umbringen muss. Also bei uns ist bis, ähm, Ende Januar ausgebucht. Okay, ich muss mal ganz kurz gucken. Internet. Willst du erstmal ganz kurz zahlen. Jetzt kannst du in eine Tonne treten, Mann. Der Film hat jetzt doch schon alle Rekorde geschlagen. Jetzt schon? Jetzt schon. Und wo der Film nicht mal angelaufen ist, hat der alle Rekorde jetzt schon geschlagen. Meine Frau schleicht sich jetzt zur Schule. Der geht's überhaupt gar nicht gut. Aber der hat halt Aufführungen. Was sollen wir machen? Jawohl, Stall 1 haben wir auch wieder was drin. Jetzt sollten eigentlich alle Tiere was haben, außer die Tiere, die vielleicht in den Stall gekippt werden müssen. Na, Jan, ich bin schon wieder hoch auf dem Weg zu dir. Mhm. Und hast du was gefunden bei euch? Ja, ich guck gerade noch. Also, ich kann dir sagen, dass es ausverkauft sein wird. Gerade für den Donnerstag. Also hier bei uns ist wirklich Ende im Gelände. Und ich weiß, dass sie bei uns drei Kinos nehmen dafür. Also, wir haben so acht Stück, ne? In eins. Und die nehmen alleine drei Stück. Vielleicht kannst du Glück haben, wenn irgendwo ein Kino auf so einem Kuhdorf ist oder so. Dass du dann, äh, dann auch einen Platz kriegst. Aber ich glaube, bei euch da auch in der Großstadt wirst du auch kein Glück haben auf den Donnerstag. Da hättest du schon vor einem halben Jahr bestellen müssen. Sollen wir mal gerade gucken, Leute. Kühe brauchen kein Getreid. Das ist uns schon klar. Schafe, Hühner, Weizen. Ja, da müssten wir auch Weizen hinbringen. Aber das ist Schnuppe. Must tun. Getreide. Da muss noch Getreide rein. Kuh hat Getreide. Lamm hat Getreide. Schaf 1 hat auch Getreide. Schwein 1 hat Getreide. Rind 1 hat Getreide. Gut. Also, nur noch die Hühner brauchen Getreide, Klaus. Mhm. Dann haben wir das schon mal wieder einigermaßen abgesegnet. Ja. Okay, bei uns sind anscheinend... Ja. Hier habe ich jetzt, dass vorne bei einer Leinwand halt die ersten drei, vier Reihen komplett leer sind. Ja. Aber hinten da alles zu gebombt, Alter. Fickt euch. Und ob er jetzt so porno wird, das müssen wir ja erstmal abwarten. Wir müssen dran denken, es hat Disney produziert, ne? Mhm. Also, ich muss sagen, ich bin bis jetzt auch noch nicht so gehypt. Also, ich freue mich mega, dass es einen neuen gibt, ja. Aber, dass ich jetzt sagen muss... Ich glaube, auch der letzte Film, wo ich richtig gehypt war, war Pandaria. Heißt Pandaria. Pandoria. Heißt es so, heißt es, ne? Der erste... Ich hab schon. Das ist immer noch der einzigste echte 3D-Film, ne? Das muss man sich mal überlegen. Ja, und 20 sind jetzt hier zum Beispiel noch ohne Ende vor, ey. War 17, aber... Also, wer will vorne sitzen, also ich gucke mir den für mich an und sitze vorne, nur weil ich da jetzt unbedingt gucken will, Alter. Also... Also, da muss man nach rechts und links gucken, ne? Also, auf gar keinen Fall. Und will dein Papa mit dir da hingehen, Jan? Nö, ich will da hin. Ja, kann das sein, dass Papa gesagt hat, ich will auch. Ja, der kommt sicherlich mit. Ich wollte auch unbedingt, aber ja. Ich will schon mal überlegen, Vitamin B spielen zu lassen, dass ich noch Karten kriege. Also nicht Vitamin B12 oder C. Oh, Jan. Er rafft's mal wieder nicht. Doch, er hat's gerafft, Mann. Er muss immer nur noch eine oben draufsetzen. Das ist bei Jan einfach das Problem. Jan, du musst gleich voll. Standard. Gar nicht. Jetzt schon voll. Ab nun. Jetzt wird ich voll. Warte, bleib da. Ich hol den Hänger. Ja. Ich hol den Hänger. Ja, noch ein Stück. Noch ein Stück. Mal, Storpolizei. Wo müssen wir dann hin? Haben wir überhaupt noch mehr Felder davon? Das nächste ist alles Gerste. Ja gut, das ist ja scheißegal. Hauptsache Stroh und diese Scheiße hier, ne? Ja, los, gib schnell aus. Oh, mir ist so kalt, ne? Oh Mann, ey. Oh, der erste Feld habe ich dann voll. Voll? Mit Gülle gemacht. Ah ja. Ne, die Gülle-Textur sieht geil aus. Ja, nur ein bisschen hell. Das ist das Einzige. Aber geil aussehen tut sie. Ja, was cool ist, dass du Mist und alles fahren musst. Hier. Haben die überhaupt schon eine Streuer? Boah, ich habe keine Ahnung, Klaus. Glaube nicht. Du hast ja noch genug Gülle. Ja, klar. Das musst du erstmal alles wegbringen. Ja, sicher. Oh. Gülle fast wieder leer. Na, was? Na, was? Was? Das ist mein Sticker, Alter. Okay. Ja. Da kommt aber viel runter, ne? Dass du jetzt schon wieder 26% drin hast. Ja. Eine Fahrzeug in Länge, Abstand halten, was sonst passiert das? Ha. Nichts passiert. Ja, ja. Bis hinten durch, man geht ja durch. Nein. Wenn das echt hat, dann wäre es ein Rumble, der bumm. Jetzt geht gar nichts. Ja. Wahrscheinlich ein Sicherheitsabstand. Ich bin gleich voll. Ja. Ich glaube, ich kriege mir auch genau das rein. Ah, schaffe ich. Ja, ja. Ups. Haben wir bei uns noch funktioniert? Scheinlich. Wieder kaputt gemacht. Na, 93%. Ist okay. Wegfahren. Wo fährst du jetzt hin? Äh, ich fahr jetzt im Feld 10, 21, 24. Wenn Feld 21 und 24 denn dann fertig gewachsen ist, wenn ich bei 10 fertig bin. Wir sind auf 11 nix drauf. Keine Ahnung. Kann ich dir absolut nicht sagen. Wir sagen aber schon wieder vielen Dank fürs Einschalten. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüssi.